Ich liebe es, Ostereier zu suchen und das nicht nur die Runden aus Schokolade, sondern auch die in der Lego-Welt. Denn manchmal verstecken Lego-Designer versteckte Hinweise für uns Fans in den Sets. Und die Hintergründe dazu muss man natürlich kennen und die werde ich euch heute zeigen. Ganz viel Spaß mit diesem interessanten Video. Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Rick's Story. Auf dieses Video habe ich schon lange gewartet und naja gut, jetzt ist es nach Ostern, aber das Video kommt trotzdem und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Falls ihr auch selber irgendwelche Easter Eggs in verschiedenen Lego-Sets schon mal gefunden habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn ihr etwas Neues aus diesem Video mitnehmen konntet. Und damit los geht's. Auf Platz Nummer 10 haben wir ein Set aus der Lego Nexonites Reihe. Diese ist ja vor allen Dingen dafür bekannt, dass sie das Ritterthema auf ein ganz neues Level gehoben hat. Quasi Ritter in vollkommen durchgeknallt mit vielen verschiedenen Monstern und auch sehr, sehr stark bewaffneten Rittern. Fand ich interessant. Welches Set mir aber am besten gefallen hat, war die rollende Vortrecksburg. Also quasi das größte Set aus der ersten Welle. Da hattet ihr eine Burg, die mit Ketten ausgestattet war. Die konnte dann durch die Gegend fahren, konnte die auch hinten aufklappen und dann da drin spielen. War zum Beispiel so ein kleiner Kochroboter drin. Sehr, sehr lustige Ideen. Aber die Designer haben auch hier noch ein kleines Easter Egg eingebaut. Und zwar, wenn ihr hier einmal auf die Seite guckt, da ist so ein Sticker, den ihr anbringen müsst, wenn ihr das Set aufbaut. Mit so einem großen Bionicle gefühlten Kopf. Und da drunter steht eine Nummer und zwar 375 sowie dann 6075. 375 und 6075, viele Experten werden es jetzt kennen, das ist die Nummer der Yellow Castle. Das sind die Nummern. Yellow Castle hatte zwei Nummern sozusagen, wie ihr jetzt gerade auf der Verpackung von dieser Burg sehen könnt. Die Yellow Castle an sich ist eine der ersten Lego-Burgen gewesen. Nicht die erste, ihr wisst, das ist die Weetabix-Burg, die aus der Müsli-Packung kam. Trotzdem eine der ersten und wahrscheinlich sogar die ikonischste Burg. Ich mag die Burg sehr gerne. Hätte mir auch gewünscht, dass die Nexonites eine ganz normale Ritterreihe gewesen wären. Aber das ist ja natürlich ein anderes Thema. Ihr kennt ja wahrscheinlich Steven Spielberg und auch George Lucas. Die beiden haben zusammen viel gearbeitet und beide auch an Star Wars und in Indiana Jones waren sie ein Stück weit beteiligt. Und dementsprechend gab es auch ein Easter Egg in den Lego-Indiana-Jones-Sets auf die Star Wars-Reihe. Sehr, sehr lustige Sache. Und zwar, hier haben sich die Lego-Designer in diesem ägyptischen Grab gedacht, dass man einfach mal eins dieser Grabmalereien, die ihr hinten sehen könnt, oder wahrscheinlich waren die eher in den Stein eingemeißelt, ein bisschen verändert, sodass dann hier diese ägyptischen Menschen aussehen wie R2, D2 und C3PO. Wer weiß, vielleicht sehen wir ja irgendwann nochmal R2, D2 und C3PO in Ägypten. Wäre ja was für Teil 10 von Star Wars. Und auch in dem legendären Spider-Man-Set, Web Warriors Battle, auf der riesigen Brücke gab es ein Easter Egg. Erstmal vorneweg, das Set war natürlich fantastisch mit richtig vielen Minifiguren und so einer riesigen Brücke mit dabei. Die Brücke könnt ihr euch zum Beispiel auch zweimal kaufen und habt dann eine größere Brücke. Das war schon ein großer Hingucker. Was aber auch noch cool war, war, dass auf der Unterseite von dieser Brücke das Jahr 1962 gezeigt wurde. 1962 steht für das Jahr, in dem Spider-Man das erste Mal in die Marvel Comics eingeführt wurde. Also auch hier sehen wir, dass die Designer dieses Sets selber Marvel-Fans sind und sich da auch ein paar lustige Easter Eggs ausgedacht haben. Und irgendein Jahr muss ja da stehen, also warum nicht das Jahr, in dem Spider-Man in die Comics eingeführt wurde. Auf Platz Nummer 7 der Beweis, dass Lego sogar in unbeliebten Sets noch Easter Eggs versteckt. Hier geht es um den Tracker One aus der Lego Star Wars Freemaker-Reihe. Das war damals eine eigene Serie, die Lego ins Leben gerufen hat. Mit neuen Charakteren, mit neuen Fahrzeugen und unter anderem halt auch diesem Tracker One. Wer war hier mit dabei? Palpatine war mit dabei, einer von den Freemakern. Und noch dazu ein Aufklärungs-Droide, sowie ein MOC-Droide. Den hat Lego damals selber eingeführt. Und das kann man unter anderem daran sehen, dass er MOC heißt. Denn MOC steht für MOC und MOC heißt My Own Creation. Normalerweise nennen Lego-Fans so ihre Eigenkreationen, Aber Lego hat hier direkt auch nochmal selber sich was ausgedacht. Und dementsprechend erkennen sie ja auch den Begriff MOC an. Das finde ich sehr, sehr schön. Und deshalb ein verdienter Platz 7. Auf Platz Nummer 6 haben wir ein sehr, sehr wichtiges Detail der Lego Modular-Reihe. Habt ihr euch schon mal gefragt, was diese Jahre oben auf den Modular-Buildings drauf bedeuten? Ich persönlich fand die immer sehr cool, weil die halt Brick-Build waren und nicht mit Aufklebern gelöst worden sind. Trotzdem, diese Jahre, die sind nicht einfach irgendwelche Jahre, die haben auch eine Bedeutung. Zum Beispiel haben wir hier das Town Hall. Da steht oben 1891 mit dabei. Das ist nicht das Jahr, in dem das Town Hall gebaut wurde, sondern das ist das Geburtsjahr des Lego-Gründers Ole Kirk Christensen. Und wir haben auch noch die Fire Brigade. Ein wirklich schönes Modular-Haus, wo ihr sogar unten mit dem Feuerwehrauto reinfahren konntet, wo dann noch eine Feuerwehrrutsche drin gewesen ist. Plus oben nochmal eine kleine Referenz ans Jahr 1932. Und das Jahr 1932 ist auch kein zufälliges Jahr, denn in diesem Jahr wurde die Lego-Firma gegründet. Ich liebe solche Details und ich liebe das, wenn Lego so ein bisschen an die Geschichte anspielt. Und diese Nummern müssen ja da stehen. Und dann, warum nicht irgendwelche Nummern nehmen, die auch eine Bedeutung haben. Und auf Platz Nummer 5 haben wir Nummernschilder. Nicht irgendwelche Nummernschilder, sondern die auf verschiedenen Fahrzeugen aus der Lego-Welt. Beispielsweise gibt es hier das Set Beware the Vulture aus der Lego-Superheroes-Reihe. Da könnt ihr vorne sehen, auf dem Nummernschild steht AC und JR drauf. Auch hier im Nummernschild, da muss irgendeine Nummer bzw. irgendein Buchstabe draufstehen. Und hier nehmen sich die Designer oftmals die Freiheit, ihren eigenen Namen zu verewigen. Und so ist es in diesem Fall Adam Corbelli und dazu nochmal Justin Ramston. Adam Corbelli hat hier die Grafiken designt und Justin Ramston hat halt dieses Set gebaut. Plus dazu, ich haue nochmal einen dazu raus, haben wir zum Beispiel noch den City Truck 60107. Der wurde von Pierre Normandin gebaut und dafür steht das PN. Und Platz Nummer 4 geht an zwei weitere Modularhäuser und zwar einmal an das 10243 Parisian Restaurant. Da könnt ihr sehen, ist vorne so eine kleine Sitzecke. Und wie ihr wisst, in der Modularhaus-Reihe von Lego sind immer alle Bodenteile gefüllt mit irgendwelchen anderen Teilen. Und hier ist es auch so, da ist so eine kleine Maserung unten im Boden zu sehen. Und diese Steine ergeben tatsächlich, wenn ihr jetzt mal hier auch einen Blick in die Anleitung werft, das Wort Chez. Das ist französisch und bedeutet bei und Chez heißt dieses Restaurant bei Albert. Und das stellt halt dieses Mosaik im Boden dar. Sehr coole Sache. Noch dazu gibt es die 10182, das Corner Café. Dort haben wir auch im Boden einen Café-Schriftzug, der dann dort zu sehen ist, wenn ihr das Ganze baut. Natürlich, da kommen nochmal die Stühle oben drauf, aber sowas finde ich sehr, sehr kreativ. Denn auch hier muss ja irgendwie eine Musterung im Boden sein. Also warum nicht das Ganze als Text umsetzen? Auf Platz Nummer 3 haben wir ein Easter Egg aus der Jurassic World-Reihe. Ihr kennt ja wahrscheinlich das große T-Rex Rampage Set. Da haben wir einen riesigen T-Rex mit dabei. Und in diesem T-Rex befindet sich auch das Easter Egg. Wenn ihr den Körper zusammenbaut, dann werdet ihr merken, dass ihr irgendwann zu einem Schritt kommt, wo ihr einen grünen Frosch mitten in den Hohlraum, in den Hauptkörper reinsetzen müsst. Und jeder, der den Film nicht gesehen hat, wird sich jetzt fragen, warum da ein Frosch drin ist. Aber wie ihr wisst, wurden diese Dinosaurier, die man in Jurassic Park bzw. World sieht, genetisch angezüchtet mit der DNA. Und diese DNA wurde unter anderem von Fröschen genutzt, um die DNA der Dinosaurier zu vervollständigen. Und deshalb ist ein T-Rex in Jurassic World tatsächlich teilweise aus Frosch-DNA zusammengesetzt. Deshalb der Frosch in diesem Lego-Set. Auf Platz Nummer 2 haben wir die legendäre Pirate Bay. Dieses Set ist quasi ein komplettes Easter Egg an die Lego-Piraten-Reihe, an alte Lego-Piraten-Sets. Denn wie ihr wisst, kann man dieses Set in die Black Sea Sparracuda umbauen, in einen Remake dieses Schiffes. Das ist das erste Easter Egg, das ist ein bisschen offensichtlich. Es geht aber noch weiter und wir haben hier vorne so eine kleine Taverne drin und die heißt José Inn. Also mit so Weintrauben und zwei Kelchen ist das hier dargestellt. Und dieses Schild, das gab es damals auch schon in der Lego-Ritter-Reihe. Ganz, ganz früher war das ein kleiner Pub, in dem die Ritter dann halt auch trinken konnten. Klar ist kein Piraten-Pub, aber immerhin eine Referenz an frühere Sets. Und noch dazu könnt ihr zum Beispiel hier vorne so eine Statue, die im Sand eingesunken ist, sehen. Diese gab es zum Beispiel bei den Insulanern auch schon auf einer Insel. Ich mag diese kleinen Details, dann hat man wie an Ostern immer wieder was zu suchen und freut sich jedes Mal, wenn man es gefunden hat. Und natürlich darf auf dieser Liste auch nicht das neue Haunted House fehlen, welches jetzt gerade erschienen ist. Das Ding ist quasi ein riesiges Easter Egg an vorherige Lego-Themen. Zum Beispiel erstmal der Name Manor Van Baron oder Von Baron. Das ist eine Einspielung auf den Baron von Baron, den es damals in verschiedenen Lego-Sets gab. Zum Beispiel haben wir hier einmal dieses Porträt, da seht ihr einmal den Baron, wie er einen roten Rubin hat. Und im Hintergrund so ein Pharao. Dieser kommt natürlich aus den vorherigen Ägyptensets. Beispielsweise diesem Set hier, da könnt ihr sehen, da ist auch ein roter Rubin dann mit dabei gewesen. Dann seht ihr hier zum Beispiel diese Things, die gab es in vorherigen Sets auch schon. Dann die Köpfe von Anubis hier über dieser Orgel. Sehr, sehr cool. Genauso wie zum Beispiel dieses Tentakel-Totenkopf-Teil. Das gab es vorher in den Orient-Expedition-Sets. So wie diese gelbe Statue, die gab es vorher auch schon zum Beispiel in diesem Ice-Set, wie ihr hier sehen könnt. Dann haben wir hier den Obelisken mit dabei. Da steht auf ägyptischen Hieroglyphen Ogle drauf. Zwei der Minifiguren aus diesem Set konnte man zudem auch schon in der Lego Hidden Side-Reihe finden. Passt natürlich gut zu diesem Gespenster-Thema. Und natürlich, ihr könnt die Geister sehen, die gab es in der Art früher schon. Damals war das ein komplettes Teil. Hier ist es einfach nur ein beprintetes Gesicht, wo dann eine Kapuze drüber geschlagen ist. Dieses Set ist wirklich vollkommen voll mit verschiedenen Easter Eggs. Ich habe das Ganze nochmal in der Infobeschreibung verlinkt. Falls euch das Set interessiert und ihr über den Link das kauft, unterstützt ihr diesen Kanal. Vielen Dank an der Stelle und ansonsten auch jetzt viel Spaß mit dem Platz Nummer 1. Platz Nummer 1 geht aber an das absolut Verrückte. Wie ihr wisst, macht es Lego manchmal, dass Lego die Teileanzahl in einem Set anpasst, um irgendein Easter Egg zu verstecken. Beispielsweise in der Saturn-Rakete war es damals das Mondlandungsjahr. Und sie haben es tatsächlich auch mit dem großen Schloss Hogwarts gemacht. Ja, das Schloss Hogwarts hat 6020 Teile und ist damit eines der größten Lego-Sets, die es jemals gab. Und 6020 ist unter anderem auch die Nummer von einem früheren Set mit einem Zauberer und einem Baum drin. Jetzt sagt ihr bestimmt, was ist an diesem Set so besonders? Ist das nicht einfach noch Zufall? Nein, ist es nicht. Denn dieses Set ist das erste Set mit einem Zauberer gewesen in der Lego-Welt. Und natürlich, wir haben hier das Harry Potter-Set, was natürlich die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei ist. Und irgendwo müssen das die Zauberer ja auch gelernt haben. Und jetzt können sie auch endlich zur Schule gehen in ihrer Hogwarts-Castle. Und damit war es das für diese spannenden Easter Eggs. Mir macht sowas immer riesig viel Spaß. Folgt mir gerne auch auf Instagram, da teile ich mehr von diesen Easter Eggs. Und bis dahin, bleibt auf der Suche und gespannt und bis zum nächsten Mal. Ciao.